Ja, hallo, ich bin Sebastian. Ich bin von Haus aus Schulpädagoge und arbeite bei der Technologiestiftung Berlin an allen Themen, die so an der Schnittmenge zwischen Offenheit und Bildung liegen. Und ich habe so ein persönliches, aber auch berufliches Lieblingsthema und darüber möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Das ist nämlich der Einsatz von Open Source Software in der Schule. Ich habe vor ungefähr elf Jahren, als ich noch studiert habe, Windows benutzt, so wie die meisten von uns wahrscheinlich das heute auch noch machen. Ich war mit dem System nie so richtig zufrieden. Ich fand es immer nervig, musste mich immer um Updates kümmern. Ich fand die ganze Art und Weise, wie ich mit Software versorgt wurde, nicht besonders gut. Und ein guter Freund von mir hat mir damals gesagt, naja, willst du dir nicht mal was anderes anschauen, installier dir doch mal ein Linux. Und da hat er gesagt, naja, du könntest ja sowas wie Ubuntu Linux nehmen, da kommst du auch mit klar. Na gut, dann mache ich das mal. Habe ich es mir installiert und tatsächlich benutze es auch heute noch und mache das auch immer noch sehr gerne. Im Rahmen der Nutzung von immer mehr Open Source Software habe ich mich dann mal damit beschäftigt, wie eigentlich so eine Open Source Community untereinander arbeitet, wie sie funktioniert und wie sie zusammenspielt. Und da habe ich festgestellt, das Selbstverständnis von Open Source Communities ist eigentlich ziemlich ähnlich dem Verständnis, was wir heute von einer guten und modernen Schule haben und von gutem Unterricht haben. Wir teilen Wissen, es geht um Demokratie, es geht um Partizipation, es geht um Mitbestimmung. Und davon ausgehend habe ich mich dann immer tiefergehend damit beschäftigt und habe mich irgendwann gefragt, naja, das müsstest du doch eigentlich mal irgendjemandem erzählen. Und habe mich dann entschieden, 2011 in Leipzig, da fand eine Konferenz statt, die heißt Ubukon, das ist so das Community-Treffen der deutschen Ubuntu-Community. Und dort habe ich einen Vortrag erhalten zum Einsatz von Ubuntu in einem Gymnasium in Lübeck. Und ich laufe diesen Gang so lang, das ist halt in der Hochschule, also hat man immer so viele Gänge, und habe so damit gerechnet, naja, gut, vielleicht hören sich so ein Vortrag 10 Leute oder sowas an. Und ich komme in diesen Raum rein, der war für 30 Leute ausgelegt und der ist aus allen Nähten geplatzt. Ich habe nachher mal gezählt, 50 Leute waren da, die Luft war furchtbar, es war viel zu heiß, es war total unangenehm. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, es gibt ein Interesse dafür und es gibt Leute, die das Thema spannend finden und glauben, man müsste da was für tun. Und das war eigentlich der Anfang einer Geschichte, die relativ viele Wins und relativ wenig Fails produziert hat. Meine persönlich schönsten Erfolge waren eigentlich einmal im Jahr 2015 die Herausgabe eines Buches, Open Source und Schule, habe ich mit ein paar Autoren zusammen gemacht, die aus diesem ganzen System Schule herauskommen, sprich Lehrerbildung, Qualifizierung, aber auch Schuladministration. Und das Buch hat sich tatsächlich innerhalb von einem Monat über 1000 Mal, es ist über 1000 Mal runtergeladen worden. Das war für mich ein Riesenerfolg, ich habe mich total darüber gefreut. Und das wurde dann noch gesteigert, als dann 2016 diese Publikation rauskam, der Werkzeugkastenfreie Software, da habe ich mit ein paar anderen Leuten auch gemeinsam dran gearbeitet. Und es war das erste Mal, dass jemand Geld dafür gegeben hat, dass wir etwas dazu schreiben, wie man Open Source Software in der Schule oder freie Software in der Schule einsetzen kann. Da waren zwei Verbände und ein großes Unternehmen dran beteiligt. Aber wie das nun mal so ist, es ist auch nicht immer alles schön und es ist auch nicht immer alles gut und es läuft nicht immer alles erfolgreich. Es gab auch ein paar Misserfolge. Und zwar trug sich dieser Misserfolg so zu, dass an der FU Berlin ein Kongress von dem Verband zur Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts veranstaltet wurde. Das ist so ein Verband von Lehrerinnen und Lehrern und denjenigen, die gerne möchten, dass die MINT-Fächer in der Schule ein bisschen mehr gepusht werden. Ich bin da eingeladen worden von einem Professor, der mir gesagt hat, hey, willst du nicht ein bisschen was zum Thema freie Software in den MINT-Fächern erzählen? Wäre doch für die Leute da auch interessant. Und in dem Fall hatte ich die Chance, früher in den Raum reinzugehen. Ich komme in den Raum, der Raum war riesig groß. Und da hätten bestimmt 100 Leute reingepasst. Und ich habe gedacht, naja, Gott sei Dank, da haben sie jetzt wenigstens mal Platz. Es ist nicht mehr so stickig wie in dem Vortrag auf der U-Bocon. Naja, ist vielleicht einfach insgesamt besser, wenn das so ist. So, und dann fing der Vortrag an. Jetzt dürft ihr mal raten, wie viele Leute da waren. 100? 50? 10? 3. 3 Leute waren da. 2 davon waren der Prof, der mich eingeladen hatte und die studentische Hilfskraft, die er mitgebracht hat. Und wer die dritte Person war, weiß ich nicht. Die ist nämlich direkt nach dem Vortrag gegangen. Und auch wenn es ein kleiner Niederschlag oder ein kleiner Rückschlag war, habe ich doch eine Sache daraus gelernt. Und das ist, die Open Source Community interessiert sich ziemlich stark für das Thema Schule. Aber die Schul Community interessiert sich noch nicht wirklich für das Thema Open Source. Aber wenn ihr Lust habt, was daran zu ändern, dann freue ich mich, wenn ihr nachher mal auf mich zukommt und wir darüber sprechen können. Danke. Applaus